Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight und ich bin jetzt Killer Curry. Bist du bereit, oder was? Ey, ich hab mich noch nie so auf ne Runde gefreut wie jetzt. So hat einer keine Opfergabe gemacht sich gerade. Na ne, du war das so. Olaf war jetzt der Killer. Ne, ich hab eine gemacht. Ne? Also ich hab auch eine gemacht. Curry hast du vielleicht vergessen, weil du hast ja gewechselt gerade, ne? Wir haben zwei Boxen. Aber ich hab die... ich weiß... ach, es kann sein, dass das zurückgesetzt wurde, ja. Ja, ja. Hast du jetzt auch keine Perks ausgewählt? Dann hab ich keine Perks. Ne, die Perks bleiben, äh, dein... du hast kein Werkzeugkoffer oder so. Geil, der Ladebildschirm. Was denn? Was machst du da? Ja, was piepst du da gerade? Ja, das piekt aber oft. Ist das dein Ventilator? Ja, das ist der Ventilator. Man hört die ganze Zeit nur... Also manchmal. Oh Gott. Oh, der Sumpf. Oh nein. Oh, Tobi, weht. Du bist doch wohl nicht... Alter, meine Kamera schwingt und ich seh nur Blätter. Alter, der Sumpf. Boah, wär geil, wenn er jetzt... Sumpf ist Tumpf. Wär das nicht ein lustiger Zufall schon wieder? Tobi, ich hab richtig Bock jetzt, okay? Okay, okay. Lass einfach mal treffen dich. Ja, wo? Tobi, lass uns treffen! Hä? Was denn? Ich frag mich grad, was da ist. Dass er so rumgeschrien hat, meinste? Ja. Ja. Ich spreche, jemand muss bestraft werden. Das war der Rabe. Igo heißt er. Oh, Igo. Ihr müsst euch bücken vor mir. Vincent Reven. Wett. Tobi, du hast gesagt, die Pan und ich sind diese Runde aus dem Schneider. Ja, ich weiß. Ich suche ja auch grad niemanden. Ach, so gut. Hat er wel? Wenn ich euch sehe, kann ich natürlich nicht widerstehen, ne? Das ist eh klar. Aber ihr versteckt euch nicht. Wie will ich nicht widerstehen, Tobi? Wir versuchen dir nicht in die Quere zu kommen. Das ist das Beste, ja. Ja. Wir nehmen auch Rücksicht auf deine Gefühle, Tobi. Also, er hat seinen Pfahl extra lange geschliffen. Hat er mir gerade gesagt. Was? Aber wenn man einen Bleistift lange anspitzt, ne? Dann ist ja eh wann weg. Tobis Pfahl ist weg. Hi. Ich hatte doch keine Pfahl. Du weißt, dass es nicht gut ist, dass du mit mir hier zusammen bist. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich warum. Es tut mir so leid. Alter, ich hatte gerade total den Blackout. Weißt du? Das Rad ging los und ich so. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Wer ist da? Getroffen? Wer ist der Doktor? Tobi, du hast gesagt, ich bin ja nicht in die Quere gekommen. Ich bin ja nicht in die Quere gekommen. Tobi hält nie das, was er sagt, ne? Ich mach doch gar nichts. Ja, ja, genau. Angst, was hast du denn gemacht? Angst. Ich hab schon wieder gedacht, ich hab auch so ein Streaming gestartet. Puh. Ja, das ist, das ist lustig, wenn sowas passiert. Das ist nicht gut. Also so schlimm wär's jetzt eigentlich nicht, bis auf unsere Läste rein. Tobi, warum? Und man fang jetzt da fett ablästern. Oh, was ist denn? Ich hatte Computerspiele. Ich tue nur so, als würde ich die mögen. Hey, Pan, hey. Hey, Pan. Hey. Weißt gar nicht, Pan. Oh, Gott sei Dank. Aua. Aua. Oh Mann, ist das nüchternig. Daniel ist aber weh, Tobi. Weißt du denn, Curry? Äh. Hä? Ähm. Äh. Äh. Ach, das ist ja krass. Hä? Nein, was ist krass? Das ist ja ein geiler Effekt, Alter. Ich knapp die ganze Zeit Hallus. Das ist Tobi. Ja, ich auch. Ich auch. Tobi, Tobi, Tobi. Und ich renn die ganze Zeit wie so ein Idiot. Ja, ich auch. Das hab ich grade... Ich hab das erst gar nicht verstanden. Das ist ja mega geil. Ich hab das erst gar nicht verstanden. Das ist so gemein. Alter, wie geil ist das denn? Ja, du musst dieses Snap Out of it machen. Äh, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Tobi, du Schlingel, du. Watt n, ey. Du geiler Halluk, ey, du. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Schon ne coole Sache, ne? Nimm dich ein mit deinem Ruf, zwei Schunko. Ja, es nervt. Oh, Schatten. Wie mach ich das denn nun mal? Höh. Oh mein Gott. Höh. Alter. Ja, man weiß halt nicht, ob er wirklich... Was ist alles, wo er uns ist, Erik? Alles ist gut. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das war aber trotzdem Spaß für den Stein. Aber, ey. Vor allem bei mir war es grad voll verwackter. Da ging erst so das Licht auf. Und dann zwei Sekunden später der Pult schlagt so. Bum, 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 bum. Das Schlimmste ist aber, wenn du es irgendwann nicht mehr ernst nimmst, dann steht er wirklich hinter dir. Ja. Das ist halt das Krasse. Der Wolf im Schafmantel, Tobi. Im Schafmantel. Boah, Alter. Was ist daran so lustig, Pane? Hör auf mich auszulachen. Man, du... Alter, ist das elendig, Tobi. Lass das mal. Ich hab's gerade auch. Es ist so nervig. Ey, geile Lichtes Go. Nice. Alles fresh. Boah. Ich bin der Onkel Zeche. Ich bin der Doktor. Ich bin Stefan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist wirklich. Es ist wirklich. Hey Curry. Ist ja immer ganz cool, wie der Curry jetzt gerade, wenn jemand sagt, hey der ist wirklich gerade hinter mir her, dann wissen die anderen, okay. Das Licht ist jetzt einfach nur wieder so ein Fake-Licht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde sterben, Leute. Ich werde sowas von sterben. Ach Quatsch Curry. Alles gut Curry. Geh weg mit deinem Pfahl. Hau ab. Nein. Nein. Bitte lass mich. Ey Tobi, ganz ehrlich. Guck mal, wenn ich dir je was bedeutet hab, ne? Hast du mich? Dann lass mich bitte los. Okay. Oh, oh, oh. Also das war jetzt schon ein hartes Statement jetzt, ne? Ja. Dann ist halt so, Kollege. Also Donald will dir das nicht verzeihen. Ich sag's dir. Nein Tobi. Du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Du ekelhaft. Wenn ich könnte, ich würde Donald auch hier hinhängen, ne? Ganz ehrlich, ich hasse dich, Tobi. Du bist richtig scheiße, Mann. Einmal mit? Wie Low-Bob mäßig der jetzt hier rumfliegt mit seiner Pause. Ey, wenn ich dich nochmal erwische, dann nehme ich deine Pause und schreck dich dir selbst in den Arsch, Tobi. Du wirst sehen, ey. Ich sag's dir, mein Freund. Du bist aber salty heute. Wie hab ich heute heute? Hä? Captain salty. Geil. Ich kann... Hat er irgendwie so'n... ...den Haken jetzt aus der Innenperspektive angucken. Habt ihr auch einen roten Kreis, wenn ihr Generator macht? Guck mal, wie er campt, ey. Wie er campt, ey. Sonst geht der Strich wieder zurück? Also der Ladebalken? Ja, ja. Ich weiß, was der hat für'n Perk. Das ist ja so mies. Dann... Müsst'n wir jetzt... Wie er die ganze Zeit am Campen ist, ey. Der ist so erbärmlich. Ich bin hier vorne bei dem Generator. Ach Tobi... Müsst'n wir mal ausreden, Tobi. Er ist schon nix wieder frei und schnackt hier ein, weißt'n. Ach, du bist doch low, Tobi. Ganz ehrlich. Komm. Okay, Curry. Low. Hä? Warum? Hä? Hä? Was denn? Hau einfach ab, Tobi, komm. Hau einfach ab, Tobi, okay? Ich bin nicht leid. Alter, hey, wo kommt denn der? Nee, das ist voll voll. Ich... 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 Ich ramm' dir den... Ey, ich ramm' dir den... Ich hab's doch mal locker, Curry. Nee. Doch, bleib doch mal locker. Du machst mich aggressiv, Junge. Wärst'n wir nur einfach mal locker bleibst, Curry. Wärst'n wir nur einfach mal locker bleibst, Curry. Wärst'n wir nur einfach mal locker bleibst, Curry. Guten Tag! Oh, verdammt. Das war doch echt. Siehste, er kann sein Versprechen nicht halten. Es ist einfach... Tobi, traurig. Ich bin hier aus dem Weg gegangen, Tobi. Die Panne ist mir in die Füße gelaufen. Ehrenloser Mann, ehrenlos. Einfach ehrenloser Mann. Das war nicht Panne. Außen bist du mir hinterher gelaufen, als du Curry niedergeschlagen hast. Ehrenlos, Tobi, ehrenlos. Das kann sein, ja. Ehrenlos. Aber ich will ja auch gewinnen, ne? Ja, ja. Das willst du niemals schaffen, mein Freund. Ich bin die ganze Zeit dem Curry hinterhergejagt. Die ganze Zeit dem Curry hinterhergejagt. Nö, du bist gerade mir hinterhergejagt. Dann hast du schön gekämmt. Das stimmt, wann ich dich gesehen habe. Das war richtig cool, Tobi. Oh nein, dieses fucking rote Licht, ey. Wie du da gekämmt hast, Tobi. Das war so geil. Ich hab gar nicht gekämmt. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Du brauchst damit gar nicht anfangen, Tobi. Kannst nicht abstreiten. Wir haben dich Freunden, ne? Der kleine Hasenzahn. Komm her, komm her, Tobi. Oh Mann. Die beiden. Hui. Gott. Wie das immer anfängt und man einfach voll Angst hat. Ja, die ganze Zeit. Ich gucke mich danach immer sofort um, so. Tobi, ich habe echt Angst vor dir. Mhm. Bisschen Lachnummer mit deinem Kittel, ey. Tobi. Wanken Umi. Also wundere dich nicht, wenn du mich gleich kriegst. Das ist alles nur aus Mitleid. Ja, ja. Ich weiß. Weil du so ein herzliches guter Mensch bist, Curry. Du hast es erfasst, Onkel Doktor. Dennoch müsste ich die Damspiegelung noch fertig führen, Curry. Ja, das macht nichts. Das kennen wir ja schon. Du kennst das also schon, okay? Ich meine wir, sag ich. Ich nicht. Boah, ist das nervig mit dem Unlicht. So furchtbar. Boah, ich hätte jetzt so richtig Bock auf eine Damspiegelung. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wird so richtig Bock. Dieses Gelüste verspürst du öfter. Oh Gott. Hm? Ist schon gut. Ich hätte so richtig Bock auf eine Damspiegelung, Tobi. Komm doch mal vorbei. Ich weiß es, Curry. Ich weiß es. Wo bleibst du denn, Tobi? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ich bin doch schon fast da, Curry. Komm, Tobi. Komm. Hey. Der Curry muss erst seinen Darm entleeren. Erschreck eh immer. Boah, jetzt hab ich mir echt eingekackt, ey. Okay. Okay. Sprühregen. Schneekoppe. Ich hasse das roter Licht. Das ist echt scheiße, ne? Das Ding ist, ich weiß nicht mehr was für rotes Licht, weil ich kenn das gar nicht. Ja, dankeschön. Bitte noch unauffälliger. Hol dir deine Damspiegelung, mein Freund. Scheiße. Hol dir die Damspiegelung, mein Freund. Komm. Was? Die Damspiegelung? Hm? Ja, Tobi hat Bock. Was braucht ihr? Auf Entdeckungstour im... Sag mir, wo der Curry ist und lass ich sie leben. Der ist hinten links. Hinten links, wo der Generatorrat fertig gegangen ist. Was? Willst du mich verarscht? Alles klar. Ciao, Erik. Ha, das ist ein Kollegenschwein. Was soll das? Hä, ihr seid doch schon längst weg. Die Information hat gar keinen Wert. Erik, das find ich jetzt aber gar nicht nett, ne? Hä, was? Ne, ne, Damspiegelung auch für dich nächste Woche. Oh, geil. Jetzt freu ich mich ein bisschen. Plupp. Warum ist da ein Morscherie drin? Alter. Muuu. Ey, was ist das für ein Scheiß, Mann? Tobi, du bist ein richtiger Cheater, ganz ehrlich, ey. Kann sein. Kann sein. Oh, ist doch nicht wahr. Erik? Ja? Ich hab, du hast gesagt, du hast gesagt, ich soll nicht. Hä? Die waren da nicht! Natürlich! Guck doch genau hin! Die waren da nicht. Ist ja, Schweinerei sowas. Tobi, lass es. Er reicht mir jetzt. Was, Tobi? Ah! Und mir sagen, waren da nicht? Was, Tobi? Was? Du hast mich fett angelogen. Freundschaft beendet. Freundschaft beendet! Ach, komm. Verpiss dich doch, ey. Du bist ein richtiger Kacknutzen, Alter. Ich hab doch mal stehen Curry, bitte. Ich hab doch mal stehen Curry. So red ich doch gar nicht. Ich hab n geiles Perk, womit alle Generationen immer zurückgesetzt werden, wenn man den Strich nicht trifft. Das ist echt scheiße. Halt's mal. Oh, Curry ist tot. Ich sag ja alles aus Mitleid. Alles aus Mitleid. Komm, 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 komm. Du kannst nix. Alles nur Ablenkung. Ich hasse dich. Gute Sache. Gute Sache. Für mich war das jetzt schon eine erfolgreiche Runde, für mich war das jetzt schon eine erfolgreiche Runde, Mama! Na! Achso, das geht's wirklich! Oh, Gott! Das ist doch kacke! Das lassen wir aber mal schön sein, okay? Die ganze Scheiß-Runden-Lichte, ey! Ich habe so das ungute Gefühl, dass der Doktor dem Tobi erschreckend gut liegt. Ja! Und vor allem, ich habe die ganze Zeit dieses blöde Licht. Was? Topan, was war das? Hä, wie? Was? Ja, ich habe sie vom Generator weggezogen. Ja. Achso! Ja. Das ist ein Perk, weißt du? Ja, ich glaube ich auch. So ein Cheetah-Perk. Hat er schnell in die Konsole eingegeben. Mhm. Dead Badale hat die Tobi-Version. Ja. Der Tobi-Trainer. Ich habe so eine Workshop-Version bekommen von den Entwicklern. Guck mal, wie er wieder kämpft. Guck mal, wie er wieder kämpft, die Sau. Ich kämpfe überhaupt nicht, du Spacken, Alter. Ach komm, Tobi. Guck mal, der Generator den Curry beinahe geschafft hätte. Geil. Nein. Ach, da ist der Erik. Erik? Ja, ciao. Ja. Ey, bleib mal bitte stehen. Ich habe mal eine Frage, Erik. Ja? Ich habe mal eine Frage, Erik. Was ist denn los? Das ist keine richtige Frage, das stimmt nicht. Der lügt. Boah! Alter! Wo ist er hin? Der Move war noch nicht so, Alter. Der Move? Hast du dich vergraben, Alter? Ja, na klar. Der war echt nice, der Move. Hä, wo ist er hin? Ok, stopp. Ich höre jemanden schreien. Ja, bin ich hier hinten. Ja, ja, aber warte mal. Ich glaube, der Erik ist ja auch irgendwo. Meinst du? Es war schön mit euch. Hi Pan, du bist erst tot, wenn du tot bist. Ok, du bist tot. Ja. Hey, was war das denn? Hol mich, du komische Spinnenplattenvieh. Tobi, Tobi hat gestreit. Wow! Na, jetzt wird es ja spannend, Tobi. Na ja, immer wieder vorne eher hinten liegt, ne? Ja, Tobi ist überhaupt nicht. Die Luke ist da. Die Luke ist da. Oder Tobias, ne? Tobias, ja. Tobias, was machst du doch schon wieder? Ich glaube aber, du wirst hier wahrscheinlich irgendwo bleiben. Stopp, stopp. Weil hier nämlich die Generatoren fast fertig sind. Hä? Wäre ja schön blöd, wenn ich da bleibe, wo du eh mal guckst, wo du mich dauernd suchst. Der Zopf, ey. Könnte sein, könnte sein. Aber vielleicht hast du auch wieder Glück und findest einfach so die Luke. Das könnte natürlich im Rahmen des Möglichen. Wie der einfach so'n Scheißhaufen fliegt. Ja. Die Frisur ist die beste. Ja. Alles gefixt, gar kein Problem. Komm schon, du findest jetzt einfach die Luke und dann Easy entkommen. Aber das macht halt den Charme des Spiels auch einfach immer aus. Boah, ich hasse das. Wenn das langsam anfängt zu pochen und dann... Ja, Baby. Ja. Sowas von. Hau rein, Tobi. Ciao. Ciao, Tobi. Boah, so nacka. Boah, das war auch noch Glück gerade. Ja. Nein, das war alles Können, Mann. Geil, Erik. Was ein geiler Typ. 44.000. Nicht schlecht. Ich dachte eigentlich, ich hätte gut gespielt und Sega, dass es nicht gut kam. Cool, Tobi. Ich hatte fast nichts. Ich wär trotzdem fast entkommen, ey. Ne, von den Punkten. Wie oft du an mir vorbeigerannt bist, war echt krass. Ja, bei der Map irgendwie warst du echt gut getarnt. Ja, ich war getarnt, Tobi. Neue Runde, neues Glück. Oh ja, Tobi, komm. Ja, klar. Gönn dir. Aber jetzt machst du mal einen anderen, Tobi, ne? Tobi, ich find, der Killer liegt dir aber. Muss ich aber sagen. Ganz unabhängig davon, ich find, der Killer liegt dem Tobi. Ja, den hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja. Aber das ist doch tolles, danke, ey. Den Killer solltest du echt weiterhin benutzen, ne? Super. Hast du das jetzt ernst gemacht? Nein, er, er kann damit so gut umgehen, mein' ich. Hast du die ganze Zeit jetzt zu gut finden? Achso, nein, nein, ich fand das ernst. Achso, ganz kurz. Ausstattung? Ja, easy, komm, ja. Ah, warte mal, stopp. Nicht bereit. Sowas von nicht bereit. Oh, ach, ich bin auch noch nicht bereit. Oh Gott, ganz vergessen. Ey, Tobi, du kannst mich mal. Jetzt, jetzt, jetzt hau ich rein hier. Oh, oh. Dann gucken wir mal. Tele Tobi, winke, winke. Der Curry ist, der Curry ist aber bitte definitiv der Staubsauger von den Tele. Ey, der, der hat immer Toast gemacht, voll geil. So, so Pancakes hat er immer gemacht, Tobi. Ich meine, alle Tobi ist davon plötzlich gestorben, ne? Willst Pancakes auf meinem, äh, aus meinem Staubsaugerrohr haben? Wer hat Pancakes gemacht? Ich hab keine Ahnung. Der ist immer am Popeln. Na, du hast die Kacke hinter dir fliegen. Ja, gut. Okay, der Curry rüstet sich auch noch aus. Das ist gut. Für uns. Okay, zack. Äh. Äh. Die Meck hat so einen leichten Unterbiss, ne? Oder? Ja, klar. Was weiß man bei dem Spiel, die so genau, ob es ein Unterbiss einfach ist oder in Grafik fällt? Was? 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 Nein, war nur Spaß. Das ist einfach voll so, äh. Jetzt droppt die Pan den Shit, Alter. Das liegt an meiner Beziehung. Toll, danke schön. Aber keine Sorge, das ändert sich bald. Oh. Oh. Du Arschloch. Hier gibt es ja wirklich Tote. Wieso? Ist es wieder Knut oder was? Ja. Ich bin hier aufs Götze geworfen. Oh, nö. Oh, Pan. Ist das dein erst Pan? Ich dachte, der nimmt den Doktor und wir hatten die nur einmal, die Map. Der Pan also so. Die anderen, die anderen sind die Feldmaps. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt wieder eine Feldmaps habe. Hast du ernsthaft jetzt noch den Doktor genommen, Tobi? Ja. Hast du nicht? Hast du wirklich nicht? Sowas davon gelogen. Ich hör das sofort. Ja. Nein, ist wirklich so. Nein. Du brauchst gar nicht mehr weiterreden, Tobi. Ich bin der Doktor. Ja. Hu? Oh. Hu? Hu? Der Doktor bin ich. Der Thomas bildet jetzt immer Dr. Hu. Dr. Hu ist geil. Mit der TARDIS. Find ich auch. Ich will auch eine TARDIS haben. Boah, ich auch. Und auch einfach aus Wohnung. Hey, hey, hey. Seid ruhig, 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 ruhig. Ja, wie gesagt, das wäre echt geil. Fokussieren, okay? Fokussieren. Ja, ja, ja. Schön fokussiert bleiben wir uns. Sehr gut. Super machst du das. Ich verstehe immer noch nicht, wieso das mit den Generatoren und Strom vorsorgen, auch in diesem kleinen Vorort. Warum, Depardellate? Warum? Wen gehören denn diese Röntgenbilder hier? Das sind meine, sorry. Ach so. Dem Röntgenius-Institut. Du hast eine Gurke im Arsch. Was? Ne, das ist aber nicht meine. Die gehört da aber auch hin. Er wurde damit geboren. Was meinst du, warum der hier in der Klinik ist? Das ist eine Hämorrhoide, das ist keine Gurke. Die habe ich im Grün angemalt. So eine XXL-Hämorrhoide, ey. Die ist ein Springseil einfach. Die hat sogar ein Gesicht. Das werfe ich den Kindern in der Nachbarschaft zu. Dann springen sein, die immer da. Oh nein! Geil, Tobi. Geil. Hau ab, Tori. Hau nicht zu geil. Das finde ich jetzt nicht mehr so geil. Komisch. Warte mal, das ist Stufe 3. Na, Currywurzel. Verzieh dich. Passt auf, der hat Stufe 3, glaube ich, gehabt. Kacke. Der hat den doch nur genommen, damit er uns direkt killen kann, Alter. Curry, bleib doch mal ruhig. Sonst werde ich gleich wieder so salty werden. Buh, was groß ist mit dir? Hm, Curry? Oh, ist das jetzt dein Ernst, Curry? Wie langweilig. Hey, Würstchen, komm zurück zu mir. Huuu. Bleib doch mal stehen. Alter, du bist... Was? 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 Curry, was? Was bin ich, Curry? Was bin ich? Curry, was? Curry, ich bin doch sehr emotional. Ich bin doch sehr emotional. Geh doch jetzt die Anderen holen. Ja. Richtiger Michael Myers-Alter. Geh doch die Anderen holen. Geh doch die Anderen töten. Ja, und der Kopf so gewackelt hat, so weißt du. Soll ich ihn mal töten? Nein, Michael Myers muss immer töten. So voll der gestörte Michael Myers. Oh Mann, ey. Ich weiß das sehr zu schätzen, was hier gerade passiert. Danke. Danke. Ich bin hier echt verbunden. Wer auch immer das ist jetzt gerade. Ich hab keine Ahnung, habt ihr jetzt beide das Trikot angehabt oder was? Äh, das war ich. Warum rennst du so? Das gefällt mir nicht. Nö, nur so. Die Drecksau. Ich glaube, ich bin welcher schon. Fuck. Ah, oh ah. Ah, doch ja. Oh Gott, mein Ton, mein Ton. Oh Gott. Good morning. Wie eklig bist du denn bitte? Was denn? Der Stadt, der Stadtteifer im Hintergrund hab ich so, iiiiih, das ist ekelhaft. Ich hab mich so erschrocken. Aber Michael Myers ist geil, ey. Ich hab mich so, ja, aber der, ich hab mich jetzt gerade, ich hab ihn, oh Gott ist der Scheiße. Warte mal, das Problem ist aber, Pan, das ist, dass der Haken echt weit weg ist. Die Sache hat keinen Haken. Oh, moin. 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 Ich hab mich so, dass ich den schönen Fett statt Spucker hatte. Lustig. 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 Tobi, danke, dass du dabei bist hier bei uns. Das ist lustig. Hahaha. So, ich kann auch GenCurry. Ne, ne. Ich kann auch einfach GenCurry. Das ist gar kein Problem, Kürri. Das war gerade echt so ein richtiger Jumpscare. Das fand ich super. Erich, glaub mal stehen, ich will mich an dir aufgallen. Hahaha. Ah, verdammt. Oh Gott. Erich? Ja? Wo bist du hin? Hinfort, mein Lieber, hinfort. Okay. Huch. Jans weit weg, Tobi. Ich fänd's aber wirklich toll, wenn ihr mal hier bleibt. Ich möcht' gern mal mit... Ne, ne, hab ich keinen Bock. Hab ich keinen Bock, Tobi. Ich will einfach mal mit normalen Menschen reden gerade. Ich muss voll sein. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal vor mir weg. Ah, ich pack, pack, pack. Ach, Pan ist das dein Ernst jetzt? Ich will immer die Pan töten, Mann. Hey, ich kann doch nicht so viel aus, Kürri. Mann, ey, das ist doch nicht dein Ernst, Pan. Das kann doch nur die Waffe ans. Mann, Pan. Nein, was... Guck, was du aus mir gemacht hast. Der tötet die einfach. Der tötet die einfach. Der tötet die einfach. Was? Guck, was du aus mir gemacht hast, Pan. So ein Arschloch, ganz ehrlich, ne? Alle spielen fair. Alle spielen mit normalen Perks. Ne, er muss wieder übertreiben. Mit normalen. Tobi. To... To... Boah. Der hat die einfach gekillt. Weißt du, der Tobi war immer mein moralischer Kompass auf YouTube. Das ist mit dem heutigen Tag gestorben. Ja, seit... Irgendwas hat sich bei Tobi geändert. Ja. Was ist da passiert im Kopf? Ich dachte, wir wären Bros, weißt du so, aber ne. Bros. Hab dich doch gar nicht getötet. Hab dich doch gar nicht getötet. Ich dachte, wir wären Broses, Tobi, weißt du? Ich dachte, wir wären Broses. Hey, Tobi. Boah. Ey, Erik. Wer wirst du noch mal stehen bleibt? So creepy. Das ist von der Idee. Oh, schau. Nein! Ja, Erik, sauber, sauber. Guck mal, Erik, da war gerade die... Die Luca, hast du gesehen? Ja. Und die war zu. Hast du die gesehen, Erik? Hast du die gesehen? Oh nein, mein Spiel flimmert. Hör auf. Ne, nicht flimmern. Ich seh das auch, das ist flimmert. Echt, ein bisschen ekelhaft, aber... Dann war das ne ganz normale Grafikeinstellung. Das, was du da gesehen hast, ne, der war schon sehr weit. Ach, Mann. Aber ist okay. Aber ist okay. Ah! Ne, ne, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Bäm, Baby! Sauber! Ja, Mann! Oh, ist das laut! Gönn dir, Tobi! Gönn dir! Hä? Okay, und jetzt? Jetzt hab ich Angst. Hä? Hä? Du, 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 du. Ach, hau doch ab. Bleib doch mal stehen, Curry. Hm. Dieser Kackknödel. Ah, ganz schlecht. Curry, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ne, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Es sieht ganz schlecht aus. Dann ist es nicht gut. Ich will nichts sagen, aber ich fühl mich nicht gut. Wenn's schlecht aussieht, ist es nicht gut. Curry, bleib doch mal stehen. Tobi, hau ab. Ganz ehrlich, ich lass mir in Ruhe. Bleib doch mal bei mir jetzt, komm. Das ist eine meiner schwersten Stunden jetzt, Curry. Mann, keiner will Freund mehr. Okay, wie sieht's aus, Erik? Äh, Ayo, rette ich? Ne. Nee. Irgendwie nicht so. Erik, geh mal. Ja? Ist Regenbogen auf, oder was? Ist Regenbogen am Start, oder wie? Ja, ja, Regenbogen ist am Start. Okay, dann... Bei dir? Nee, ich muss, ich muss zu dir. Es ist... Ich muss irgendwie... Also, ich muss das Glück suchen. Irgendwie. Ich fühl mich grad noch nicht so lebendig, weißt du? Der Curry steht wahrscheinlich hier irgendwo an der Luke grad und will, dass du gehst. Aber ich fühl mich so lebendig. Geh raus, Erik, geh raus, komm! Okay, ciao! Okay, ciao! Ciao, Tobi, hau ein! Nice! Yes, Baby! Aber ihr habt nicht mal Anstand gehabt, der Pan zu helfen, das ist echt widerlich. Ach komm, Tobi! Ach komm, Tobi! Du hast dich geschlachtet! Der Einzige, der keinen Anstand hat, bist du, Tobi! Der Einzige bist du! Der Einzige bist du! Ich bin mit euch, Leute! Ja, Spielbewerden übrigens war super. Ja, Tobi hat Spaß gemacht. Der Curry hat wieder Kopfschmerztabletten reingehauen. Da ist er wieder ein bisschen... Nimm dir das Smiley-Gesicht! Das waren keine Kopfschmerzabletten! Die Blauen! Nein, mein Tisch ist die ganze Zeit schon angehoben, ey. Ah ja! Guck mal, Tastatur klemmt! Tastatur klemmt! Ja, ja! Wahrscheinlich war was im Weg. Aber ich muss sagen, Tobi, der war schon ein ordentlicher Killer heute. Halt doch die Schnauz, weißt du? Willst du einmal ein Kompliment machen? Ach komm, ey! Ja, einmal! Das ist es nämlich, Curry! Du bist so unendankbar! Du bist so unendankbar, du Scheißkopf, ey! Will dem Typen keine Bühne bieten! Tschau, haut rein! Mit deinem komischen Kackstreifen da über der Nase, ey! Bist du nicht so voll gedankt fürs Zuschauen? Auch bei Erik über Kahn, ne? Tschüss! Ich bin Art Mexikaner, aber ich cheate!